Keine leichte Partie für Fernsehregisseure, kaum Zeit für Wiederholungen. Eine super Partie für Fernsehzuschauer. Basina, nächste Möglichkeit, Supertor! 31. Minute, Poskovic! Noch einmal. Erste Station Freistoß, zweite Station Kopfball, Bilic, dritte Station Basina, vierte Station 2 zu 0. Sensationell, technisch perfekt in jeder Phase dieses Spielzuges. Und die Wiener-Austria in der Abwehr völlig überfordert. Hier beim Kopfball, hier beim Ausschalten von Basina und hier völlig alleingelassen. Branko Poskovic, ein tolles Tor von Rapid, aber einige Fehler von der Wiener-Austria dabei.